Wie bettet man YouTube-Videos auf Twitter mit dem PC ein? Einige Benutzer möchten möglicherweise Plattformen wie Twitter oder YouTube auf ihrem Telefon verwenden, anstatt sie auf ihrem Computer zu verwenden. Und jetzt wollen sie ein Video von YouTube direkt auf ihrem Twitter teilen. YouTube hat es den Nutzern ermöglicht, dies ohne Probleme und mit der geringsten Verzögerung zu tun. Melden Sie sich dazu bei YouTube an. Sie können sich auch bei Ihrem Twitter-Konto anmelden. Tun Sie dies auf einer anderen Seite. Suchen Sie nun nach dem Video, das Sie teilen möchten. Ich möchte zum Beispiel dieses Video teilen. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Video. Klicken Sie dann auf die Option zum Teilen. Wählen Sie Twitter aus diesem Abschnitt aus. Wie Sie sehen, gelangen Sie direkt auf die Twitter-Seite und der vollständige Videolink wird für Sie in Form eines Beitrags auf Twitter vorbereitet. Sie können auch einen Text am Anfang oder danach hinzufügen. In diesem Abschnitt können Sie auch sehen, ob das Video hochgeladen wurde oder nicht. Nachdem Sie verschiedene Anpassungen auf Twitter vorgenommen haben, klicken Sie auf die blaue Option, um diesen Beitrag auf Twitter zu teilen. In diesem Abschnitt können Sie sehen, ob der Beitrag hochgeladen wurde oder nicht. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen. Vielen Dank.